Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, zu unserem heutigen Update-Video des blauen Chaos-Max-Drachen-Stack. In den Kommentaren vom letzten Video wurde gefragt, was ich da nun geändert habe. Und bevor ich das in den Endlosschleife in den Kommentaren schreibe, was hier sowieso keiner durchlesen tut, habe ich beschlossen, ich mache nochmal ein kleines Update-Video zu dem Chaos-Max-Drachen-Deck. Wer das Original-Video gerne sehen möchte, das verlinke ich euch unten in der Infobeschreibung. Und dann zeige ich euch nochmal die Erneuerung des Decks. Also, als erstes bleibt natürlich der Beatstick stehen, der blaue Chaos-Max-Drache. Der Tower des Decks kann man nicht verändern, bleibt natürlich auf 3. Dazu natürlich der kleine Bruder, der Chaos-Drache, der alle Monster vom Gegner in die Verteidigung packt und somit das OTK für den großen Bruder, den Chaos-Max, ermöglicht. Dazu natürlich als Ziele für die Chaos-Form oder für eine Instant-Win-Möglichkeit der alternative Drache, der gespecialt wird, wenn man einen blauigen weißen Drachen an der Hand hat. Wenn man den alternativen Drachen auf 3 natürlich spielt, braucht man natürlich auch dreimal den blauigen weißen Drachen, der es uns ermöglicht, durch die fortgeschrittenere Dual-Kunst in den Chaos-Max-Drachen zu gehen oder eben im Friedhof für die Chaos-Form. Als nächstes nur noch zweimal die Aschenblüten zum Ausbremsen des Gegners und meine Erneuerung natürlich zweimal die Sherries. Drei Aschenblüten sind mir zu Brick-anfällig, wenn man davon drei auf der Starthand hat und drei Sherries genauso, deswegen 2-2. Beides, wenn der Gegner first geht, weil wir haben ja ein Go-Second-Deck, zum Ausbremsen des Spielaufbaus und zum Ausbremsen der gegnerischen Boss-Monster aus dem Extra-Deck, die dem Chaos-Max-Drachen gefährlich sein könnten. Als Beispiel den Kristallflügel-Synchro-Drachen, den Kaliber-Lade-Drachen oder den Kaliber-Schwert-Drachen. Alles Monster, die ziemlich ekelhaft sind, wenn man als Chaos-Max-Drache dagegen anspielen muss. Als weiteres bleibt natürlich dreimal der Manju, der 10.000 Hände sucht uns die Ritual-Zauber- und Ritual-Monster-Karten, weil eine Normalbeschwörung haben wir nicht. Die Mantra-Wichtige bleiben dennoch draußen. Als nächstes einmal die Iblee. Die Gespecial wird durch die Träume-Engine, den Gegner verpasst wird und somit das OTK bereitlegt, weil Null-Verteidigung, Chaos-Max-Doppel-Durchschlauer-Kampfschaden. Wie das im Duell selbst funktioniert, zeige ich euch natürlich in dem alten Video. Das habe ich in der Link-Beschreibung unten drin. Die Blumenzwiebel, die es uns ermöglicht, in die Träume-Engine zu gehen oder alternativ auch in eine alternative Siegesmethode mit dem alternativen Drachen. Mensch, so viele alternative Sachen. Da habe ich euch erklärt, wie die Strategie funktioniert. Bleibt natürlich auch mit drin. Als nächstes natürlich zum Kartenziehen dreimal die Entzahlungnahme. Blauäugig-Thema, selbst erklärend. Zum Suchen der Karten natürlich dreimal die Melodie. Die ist uns erlaubt, jede Kopie der Boss-Monster zu suchen. Dann zum weiteren Suchen dreimal die Bingo-Maschine. Die ist uns erlaubt, einen blauäugigen weißen Drachen auf einer Zauber- oder Fallenkarte fortzuzeigen oder eben die Monster, die blauäugig in ihrem Namen enthalten, zu suchen. Was darf natürlich nicht fehlen? Wir haben dreimal den Standard blauäugigen weißen Drachen, natürlich auch dreimal Standard die fortgeschrittene Ritualkunst, die ihn aus dem Deck auf dem Friedhof legt und somit einen der Chaos-Drachen rufen kann. Wenn sie dann nun im Friedhof liegen, natürlich alternativ die Chaos-Form, die den Chaos-Max oder den Chaos-Drachen vor der Hand ruft, indem sie eben die benötigten Materialien aus dem Grave entfernt. Zur nächsten Erneuerung natürlich einmal das extra-thürische Begräbnis. Sie packt uns aus dem Extra-Deck den Herold des Bogenlichts rein. Der ist uns erlaubt, ein Ritual-Zauber- oder eine Ritual-Monster-Karte aus dem Deck zu suchen. Die Hälfte seiner Life-Points hat man immer. Die Karte ist eh Once-Per-Turn, von da aus kann man sie auch bloß einmal benutzen. 4000 ist manchmal ein hoher Preis, aber wenn man dafür 8000 Schaden rauskriegt, warum nicht? Und natürlich, wenn der Chaos-Max das Spielfeld verlässt, dreimal den ausgeglichenen Zweikampf, um das gegnerische Board zu brechen. Weil nachdem der Gegner das Problem Chaos-Max-Drache ausgeschalten hat, wird er danach nicht mehr viel machen können. Und dann kriegt er den ausgeglichenen Zweikampf. Als nächstes das Extra-Deck. Bleibt natürlich der Geister-Drache für die Instant-Win-Methode, beispielsweise auf den Azur-Eis zu gehen oder auf den Black Rose, der dann mit der Blumenswilfe instant in den Crystal Wing gehen kann. Crystal Wing natürlich ein weiteres Ziel für die Sherry-Targets. Ich hasse es, gegen ihn selber zu spielen. Deswegen habe ich ihn super gerne im Extra-Deck drin, um ihn durch die Sherrys einfach dem Gegner wegzunehmen. Und durch die Wind-Widges ist es sowieso viel zu leicht, ihn freuen zu rufen. Den Herold hatten wir besprochen, durch das Extra-Törichte. Titanen-Galaxie, Tachion-Drache, Photon-Panzer und Dunkelmaterien-Drache. Austauschbar gegen weitere Sherry-Targets. Elektromite, Dunkler Paladin, Buster-Blader, der Drachenzerstörer, Schwertkämpfer. Alles Karten, die dem Chaos Max gefährlich werden, könnte man damit reinschmeißen. Fürs Turnier würde ich das tun, empfanden wir natürlich nicht. Zu den Link-Karten. Link-Kuribur spielt auch jeder im Extra-Deck. Super Ziel für die Sherrys. Genau wie die Summoned-Sorceress, wenn sie am 6. Dezember bei uns erhältlich ist. Genauso nervig, kann man den Gegner auch wegnehmen. Kaliber-Ladedrache mit seinem Bruder, dem Kaliber-Schwertdrache. Immer ekelhafte Monster, wenn sie auf der generischen Spielweltseite liegen. Einfach wegnehmen und schon hat man keine Probleme mehr. Und die Träume-Engine spielt auch jeder. Aber sie werden ja hier speziell benutzt für die Strategie, die Idee den Gegner zu verpassen und dann das OTK zu bereiten. Ja, das waren die kleinen Änderungen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!